Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. In diesem Viertel studieren wir das Thema drei kosmische Botschaften. Lektion 1. Jesus gewinnt, Satan verliert. Unser Merktext für diese Woche und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Offenbarung 12, Vers 17. Sonntag, der Kampf im Himmel. Es ist eines der faszinierendsten Kapitel der Bibel, Ausoffenbarung Kapitel 12. Da bekommen wir einen Einblick, was ganz, ganz, ganz am Anfang geschehen ist. Obwohl es im letzten Buch der Bibel steht, gehört es im Grunde ganz an den Anfang. Wir erfahren jetzt etwas Besonderes, nämlich der Vorhang lüftet sich und man sieht, was hinter den Kulissen geschehen ist. Da ist berichtet von einem Kampf im Himmel. In Vers 7 dieses Kapitels 12 der Offenbarung steht, und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael, Michael bedeutet, wer ist wie Gott, Jesus, und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Ein Kampf im Himmel. Jemand hat mir einmal bei einer Bibelrunde gesagt, das kann nicht stimmen. Im Himmel ist total ruhig und friedlich. Ja, jetzt. Vorher war da ein Kampf. Und was passiert mit dem Drachen und seinen Engeln? Sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Und seine Engel, die wurden mit ihm dahin geworfen. Und darum ist jetzt im Himmel friedlich. Und auf der Erde das Gegenteil davor. Das heißt, es hat der Kampf nicht aufgehört. Er hat sich nur verlagert aus dem Universum auf unseren Planeten. Darum haben wir hier im Hintergrund auch Zeichnungen, Abbildungen von unserem Sonnensystem, von unserer Galaxie, damit wir einen Blick bekommen für die Weite des Universums. Denn das, was sich hier abgespielt hat, war im Zentrum des Universums, in der intergalaktischen Schaltzentrale, und hat sich nun vom Kampfgeschehen her verlagert auf unseren Planeten. Der Nachteil für uns ist natürlich, dass es genau der Planet ist, auf dem wir uns befinden. Wir stehen also in einem Kampf, in einem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und dieser Kampf, der geht schon seit 6000 Jahren. Und er nähert sich rapide seinem Ende. Aber da also Satan jetzt 6000 Jahre Kampferfahrung hat, ist das also etwas, wo man sich vorstellen kann, was das für ein mächtiger Gegner ist. Und würde hier nicht der Name Michael stehen für Christus, wer ist wie Gott? Ja, wer, wer könnte es mit ihm aufnehmen? Aber wenn wir hier allein gelassen wären, ohne Christus, dann wären wir chancenlos gegen diesen mächtigsten aller Engel, was Satan gewesen ist. Er war der Anführer der Engelschaft. Montag, Satans Angriff. Wir sind weiter im Kapitel 12 der Offenbarung. Und die Verse, die wir hier sehen, die sind zum Teil symbolisch. Und da sieht man einen Drachen, der mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne vom Himmel fegt. Und das lesen wir hier in Vers 4. Sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Die Sterne ein Bild, Symbolik für die Engel, sagt er, kann also durch seine trickreiche Art, seine Verlogenheit, seine Heuchelei, dass er Dinge anders darstellt, als wie sie wirklich sind, ein Drittel der Engel auf seine Seite ziehen und die sind aber auf einem höheren Niveau als wir unterwegs. Also wie intelligent muss dieses Wesen sein. Und jetzt geht der Kampf hier auf Erden weiter. In welcher Weise? Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte. Auch das eine Frau. Und damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräse. Also da stellt sich ja bei uns jedes einzelne Nackenhaar auf. Ein Drache, der das Baby, das eine Frau gerade auf die Welt bringt, fressen möchte. Warum hat er das zum Fressen gern? Ja, weil es sich hier um den Sohn Gottes handelt. Die Frau ist mehr als Maria. Sie stellt das Volk Gottes dar, wie man dann in den nächsten Versen sieht. Denn diese Frau lebt weiter, 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 weil es das Volk Gottes ist, die Gemeinde. Die Frau, die hier immer weiter zur Welt bringt und gebärt. Christus wurde geboren und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte, mit eisernem Stabe. Das ist nun noch ein besonderer Punkt. Dieser eiserne Stab, das Zepter, das Regierungszeichen. Und wenn es aus Eisen ist, dann drückt das also diese Mächtigkeit aus, diese Unbesiegbarkeit. Es ist einfach nichts, um zu brechen, dieser Herrscherstaat. Obwohl also hier der Anfang sehr klein ist, dieser Knabe soll alle Völker weiden. Das ist also ein besonderer Hinweis. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Himmelfahrt Jesu. Er hat hier an die 30 Jahre als Mensch zugebracht. Und jetzt ist er wieder im Zentrum des Universums. Diese Ereignisse, die also hier stattfinden, die steigern sich noch. Die Frau entfloh in die Wüste. Jetzt merkt man schon, da geht es mehr als um Maria. Ja, da geht es um die Gemeinde, das Volk Gottes. Und warum in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde. 1.260 Tage. Das ist also ein besonderes Zeitelement, das sich hier noch auftut. Und die Tage, in der Prophetie, kann man umlegen auf Jahre. Dass es 1.260 Jahre sind. Und dieser Zeitabschnitt, der hier öfters in der Offenbarung vorkommt, auch im Buch Daniel, erstreckt sich also über 1.260 Jahre, begonnen im Jahr 538 nach Christus bis 1798. Dienstag, Jesus-Sieg annehmen. Wenn man hier dann so weiterlässt, wie also der Drache kämpft, mit seinen Engeln auf die Erde geworfen wird, dann lesen wir in Vers 10 und ich hörte eine große Stimme. Wenn also so etwas auftaucht, so ein Begriff, dann hat das Gewicht diese Stimme. Und die sprach im Himmel. Also damit hat es noch einmal mehr Gewicht, wer diese Stimme im Himmel spricht. Und was sagt diese Stimme? Nun ist es heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden. Und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen. Das ist die verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Er ist besiegt von Christus, aus dem Himmel hinausgeworfen, aber doch noch nicht ganz besiegt, denn er wirkt also hier auf diesem Planeten mächtig vor. Obwohl er ein besiegter Feind ist, ist unser Feind. Und nur wer mit Jesus und seinen Engeln in Verbindung ist, der kann hier Widerstand leisten. Alle andere sind ihm schutzlos ausgeliefert, sind chancenlos. Er macht mit ihnen, was er will, wie wir auf diesem Planeten sehen. Er ist dieser Unruhestifter. Also wenn immer hier etwas Tragisches, Schreckliches passiert, der, der aus dem Himmel hinausgeworfen wurde, der ist dafür verantwortlich. Nicht so oft hört man diesen Satz, wie kann das ein Gott der Liebe sein? Wenn sie nur einen, den liebevollen, betrachten und nicht den Gegenspieler, der die Unruhe ausrichtet. Mittwoch, die Frau in der Wüste. Da der Teufel hinter all denen her ist, die mit Jesus in Verbindung sind, sie aber nicht wirklich besiegen kann, weil sie durch Jesus und seine Engel gestützt werden, wird aber doch für diese Schar ein Zufluchtsort bereitet. Mit Wüste ist jetzt gemeint eine Gegend, die einsam ist. Also es ist nicht nur an die Sahara zu denken, sondern an Gegenden, die gewissermaßen von Menschen kaum bewohnt sind. Denn dort ist man geschützt von der Natur her. Im Gegensatz zu einer Großstadt, da wimmelt es ja von solchen, die auf der Seite Satans stehen, ohne dass sie es wissen, die meisten davon. Nun, in dieser Wüste, in dieser Einsamkeit, wird also das Volk Gottes 1260 Jahre ernährt, gefüttert, gestärkt. Warum von 538 bis 1798? Als das Römerreich zugrunde ging, in der Völkerwanderung, und die Völker kamen in Bewegung, weil die Hunden aus dem Osten kamen, die trieben die Germanenstämme vor sich her, und was den Germanenstämmen vorher nie gelungen ist, nämlich ins Römerreich einzudringen, das gelang ihnen jetzt, weil sie die Hunden im Rücken hatten, die sie verfolgten. Wenn du normalerweise gemächlich über die Weide gehst, aber dann hat dich ein Stier, ein Bulle entdeckt und beginnt, hinter dir herzulaufen, dann erhöht sich die Schlagzahl deines Herzens beträchtlich. Und wenn du vorher nie über einen hohen Zaun drüber gekommen bist, so mit Sprung und Leichtigkeit, in dem Moment, wo dieses Tier mit vielleicht tausend Kilogramm hinter dir nachkommt, beginnst du ungeahnte Hühensprünge zu absolvieren, wenn ein Zaun im Wege ist. Du bist motiviert. Und so war es damals. Als die Hunden kamen, trieben die Germanen vor sich her und die strömten hinein ins Römerreich und unter diesem doppelten Ansturm zerbrach das römische Weltreich, das schon tausend Jahre hier so mächtig gewesen war. Wir sind also jetzt so ungefähr im Jahr 500 herum und später gelingt es, es ist nur das weströmische Reich untergegangen zu dem Zeitpunkt und später gelingt es dem oströmischen Kaiser noch einmal Teile des weströmischen Reiches zurückzuerobern und übergibt dem Bischof von Rom, der Papst, Machtbefugnis. Und diese Machtbefugnis, die hat er entsprechend dann ausgenutzt, das Papsttum hat sich entfaltet, das politische Rom ging unter und das spirituelle Rom, das Papsttum, hat sich ausgebreitet. Und erfuhr dann 1798 eine tödliche Wunde, wie wir dann in Offenbarung 13 sehen werden, als Napoleon seinen General Berthier nach Rom geschickt hat, der den Papst kurzerhand verhaftet und ins Kloster, ins Exil befördert hat. Und damit war das Papsttum einmal für eine Weile erledigt, so bis 1815, als der Wiener Kongress wieder alles so eingesetzt hat, wie es vorher war. Und die ganze Welt wunderte sich, dass diese tödliche Wunde wieder heil geworden war, wie wir in Offenbarung 13 lesen. Donnerstag. Gottes Übrige in der Endzeit. Wenn man in diesem Kapitel 12 nun weiterliest, so stellt man fest, dass hier der Drache ganz besonders sein Augenmerk auf wen richtet? Auf die, die Jesus gegenüber total loyal, treu sind. Da steht in Vers 13 und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hat. Und es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, man merkt schon, wie hier die Symbolik hereinkommt, dass sie in die Wüste flüge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, dreieinhalb Jahre, mal Tagen, also in Tagen ausgedrückt, wieder 1260, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus. Wasser steht hier für Menschenmassen. Wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Satan schickt also Menschenmassen, Armeen, hinter dem Volk Gottes, der Frau her. Aber die Erde half der Frau als ein einsames Land, wo sie sich zurückziehen kann. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß, aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau. Dass es also nicht gelingt, diese Nachfolger Jesu zu vernichten. Und er ging hin, zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht. nicht die Übrigen. Es ist also eine Masse, die hat Satan in seiner Gewalt und dann gibt es die Übrigen. Und die würde er so gern auch ausrotten. Aber es gelingt ihm nicht. Was hat er vor? Der Drache ging hin, zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Das sind jetzt zwei Kennzeichen von denen, die auf Gottes Seite stehen. Sie halten die Gebote Gottes. So wie sie in der Bibel stehen. Zum Beispiel auch ein Gebot, das kaum noch irgendeine christliche Gruppierung einhält, weil das Papstum den Sabbat in den Sonntag verändert hat. Das heißt genau genommen ein römischer Kaiser und das Papstum hat das begierig aufgesucht. Ursprünglich war es das Sabbat. Wer hält noch die Gebote so, wie es in der Bibel steht? Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heilig ist. Und noch ein Kennzeichen, sie haben das Zeugnis Jesu. Es wäre gut zu wissen, was ist das? In Offenbarung 19, Vers 10 ist das definiert, was das Zeugnis Jesu ist. Und zwar im letzten Teil dieses Verses 10 heißt es, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Das heißt, Gott zeigt sich in dieser letzten Gruppierung, in diesem Übrigen durch Prophetie, durch Weissagung. Das heißt, er hat hier einen Boten oder eine Bootin. Und das sind die Kennzeichen. Und somit wirkt dieser Drache hinein, hinein, in eine Zeit bis heute. Aus dem Himmel wurde er rausgeworfen. Auf Erden hat er die Masse der Menschen auf seiner Seite. Die haben keine Ahnung, dass es ihn gibt. Und das ist ja seine beste Taktik. Denn wenn man so tut, als ob es einen nicht gäbe, dann kann man natürlich viel besser angreifen. Weil die anderen die Gefahr nicht sehen. Aber durch die Bibel wird es offenbar, da ist einer, der unser Feind ist. Und man kann gegen ihn bestehen und gegen seine Schliche, wenn man sich mit Jesus verbindet und seine Worte liest. Denn dann weiß man, was der andere vorhat und was er geplant hat. Freitag. Zusammenfassung. Wenn wir jetzt einen Blick auf unsere Karten da hinten wenden, damit wir ein wenig eine Vorstellung haben, was außerhalb unseres Planeten sich noch so abspielt. Denn hier ist ja der Blick geöffnet in diesem Kapitel 12. Von außen kommt die Bedrohung für unseren Planeten. Durch Satans Fall. Natürlich, dass er aus dem Himmel rausgeflogen ist. Wir haben hier auf dieser Karte im Zentrum die Sonne und um diese Sonne kreisen unsere Planeten. Die Sonne ist hier klein dargestellt, aber in Wirklichkeit hätte sie also im Vergleich zu der Größe dieser Planeten diese Größe hier. Und dann haben wir die Umlaufbahnen innen drinnen und das haben wir das Innere hier noch einmal extra herausgezeichnet. Das sind nämlich die Entfernungen wesentlich enger noch als dann weiter draußen. Hier haben wir also Merkur und dann die Venus und als dritter Planet kommt dann unsere Erde. Wir sind also der dritte Planet. In einem bestimmten Abstand von der Sonne wären wir auf Merkur oder Venus würden wir vor Hitze vergehen. Würden wir beim nächsten Planeten sein, beim Mars, ja dann würden wir vor Kälte zu Tode kommen. Und die Erde ist gerade in so einem Abstand, wo es passt. Näher, wir würden verglühen, weiter weg, wir würden erstarren. Bei der Erde passt es gerade und daneben der kleine Begleiter der Mond. Es gibt auch Planeten, die haben mehrere Monde, die dicken Planeten zum Beispiel wie Jupiter. Und das sind dann die nächsten. aber dazwischen, zwischen Mars und Jupiter ist noch ein sogenannter Asteroidengürtel. Ja, was ist das? Ja, da war noch ein Planet, der jetzt nicht mehr ist. Da kreisen nur mehr die Trümmer. Und manchmal werden diese Trümmer sichtbar. Wenn du in der Nacht draußen sitzt, vielleicht mit noch jemandem und ihr habt eine schöne Zeit miteinander und betrachtet den Sternenhimmel und auf einmal Sternschnuppe. Was war das? Ja, da ist so ein Teil, so ein Trümmer-Teil von diesem Planeten, der hier zerplatzt, explodiert ist, in die Nähe von unserer Erde gekommen, wurde angezogen und die Geschwindigkeit, mit welcher dieses Gestein sich unserem Planeten nähert, das sieht man bei der Sternschnuppe, fertig, vorbei, und schon verglüht, hat sich aufgelöst, verdampft, ist vom festen Zustand in den flüssigen Aggregatzustand übergegangen und gleich noch in den gasförmigen Zustand. Wenn aber dieser Teil zu groß war, als dass er in dieser kurzen Zeit verglühen konnte, sich in nichts auflösen konnte, dann donnert so ein Gesteinsteil auf unserem Planeten und schlägt ein. So geschehen so 600 herum nach Christus und das hat dazu geführt, dass plötzlich in der Wüste, in Saudi-Arabien, so ein geschmolzener äußerlich geschmolzener Stein landete und daraus wurde ein Heiliger Zug. Mekka, Kaba, der Islam kam da heraus, weil plötzlich so ein Gesteinsbrock aus dem Weltall mitten in der Wüste landet. Das lässt natürlich alle erschadern. Wenn wir noch einen Blick hierher werfen, hier ist es noch einmal aufgezeichnet, aber unsere Sonne ist nur ein Pünktchen in unserer Galaxie. Wenn man von der Seite auf unsere Milchstraße schaut, würde das so aussehen und von oben oder von unten betrachtet so, also wie eine Schnecke, so sind die Sonnen hier aufgerollt und um jede dieser gelben Pünktchen kreisen wieder Planeten. Und dann gibt es aber solche Galaxien massenweise im Universum. Massenweise. Und im Zentrum des Universums, das ist die Wohnstätte Gottes. Und dort hat sich das abgespielt, was hier in Kapitel 12 steht. Und alle diese Galaxien kreisen um dieses Zentrum. Inklusive unserer Sonne. Und wir kreisen wieder um diesen Sonnenball. Wie groß ist das Ganze. Und wie klein, wie winzig klein sind wir auf diesem Planet. Ich freue mich schon auf die nächste lektion. Ich